Hallo Riem, ich bin Lisa, ich bin Lena und wir haben gehört, dass ihr eine eritreische Kaffezeremonie machen wollt, was super super cool klingt und wir sind schon ganz gespannt, wie das aussehen wird. Wir haben uns dazu noch eine kleine Challenge überlegt und zwar wissen wir, dass zu so einer Zeremonie traditionell noch Popcorn gehört. Genau, deswegen ist eure Aufgabe, ihr stellt euch mit dem Abstand von zwei Metern gegenüber und werft euch gegenseitig Popcorn entgegen. Ihr habt insgesamt zehn Würfe und müsst mindestens fünf mit dem Mund fangen. Wenn ihr das schafft, ist die Challenge bestanden, wenn nicht, dann müsst ihr für eure Gäste an der Zeremonie zusätzlich noch einen eritreischen Tanz aufführen. Wir wünschen euch ganz viel Glück, drücken euch die Daumen und ganz viel Spaß. Ciao, ciao. Eins, zwei, zwei. Das war so knapp. Okay, noch mal. Oh mein Gott. Perfekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So knapp. Warte. Zwei. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ist okay. Fertig. Go. Okay. Oh, eins. Okay, ist da meine Stille. Sorry. Oh, zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe geschlossen. Oh. Oh, was? Oh. Oh.